So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Scanner. Wie war die Aufgabe? Scanner, 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 Scanner einen Surfer bei einem Oberweltzugang. So, ich habe das Ganze jetzt einen Stronghold gemacht. Ich habe gesehen, die meisten haben es anscheinend bei Colosseum gemacht, aber ich mache das Ganze jetzt hier. Ich zeige euch auch direkt den Weg, weil wenn ihr jetzt mal gerade guckt, hier die Map, es wird nämlich da angezeigt, aber es ist viel weiter unten. So, wenn ich dir jetzt schon damit helfen konnte, kannst du natürlich auch mich gerne unterstützen, indem du einfach meinen Creator-Code einträgst, yt-familyheg, würde mich supporten und Grüße gehen an der Stelle raus. So, wo sind wir hier? Richtig, wir sind hier an dem großen Gebäude. So, wo müsst ihr dann hin? Dann geht es hier runter, dann weiter runter, noch weiter runter. Zack, 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 zack. Noch schnell die Kisten ausmachen. Noch schnell zwei Ehren-XP mitholen. Gut, ich bin jetzt Level 100, das reicht eigentlich schon. Und die Kiste auch noch mit. Das ist nämlich ein bisschen verwirrt hier unten, aber hier unten ist die Tür. Dann nicht wundern, hier der Server funktioniert anscheinend nicht, was mich eigentlich wundert, aber hier der funktioniert. Einmal hacken und zack, schon habt ihr die 20.000 XP. Wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gerne ein Like da lassen und gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, die meisten gehen ins Colosseum und das Ganze ist auch in Gruppenkeile möglich. Ich dachte nämlich erst, es funktioniert auch nicht, weil eben war ich noch in Huntershaven, aber da stand ich anscheinend auch wie hier vor dem falschen Server, weil es funktionieren anscheinend nicht alle. Also hier nehmt ihr auf jeden Fall den rechten, dann auf hacken und dann würde ich sagen, einfach hacken und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Hier kommt schon der nächste Angeflogen. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen und in dem Sinne, haut rein. Ja, haut rein.